das bräuch ich nicht, was ist das? so, mach ich auch nicht ach ja, mein Vater kommt gerade jetzt da an gleich gestartet das beste für die besten die hipfruchtquetsche in bester bioqualität ja das beste für die besten die hipfruchtquetsche in bester bioqualität ja das beste für die besten die hipfruchtquetsche in bester bioqualität huch also ich glaube ich habe jetzt die Einstellung von sieht jetzt mal ein bisschen von der Qualität nicht ganz so gut aus was ist das? ich schaue gerade in Edge hier meinen Livestream an und das einzige was ich davon höre ist im Hintergrund irgendwie Werbung und das hat einfach mal so den übelsten Bass sag mal bitte was ähm jetzt müsste ich eigentlich fast bereit sein aha den übelsten Bass sag mal bitte was ähm ich finde das schon schade dass es noch kein Portal 3 gibt jetzt müsste ich eigentlich fast bereit sein weil das das nicht in der Entwicklung ist ok ja ich bin im Stream drin hört man mich auch? warte mal bei mir muss ich mich schon leiser stellen warte mal warte mal ich habe das gehört ja ich habe das auch am Handy merkst du wie ich richtig übersteuere bei dem Stream ja ja du musst äh mal irgendwie mich runter stellen ich mache jetzt ich schaue jetzt mal ob alle Einstellungen in Ordnung sind die Lautstärke könnte vielleicht übrigens höher sein die Leute was hören ich weiß immer noch nicht ob ich mit Facecam aufnehmen soll also ob ich jetzt einfach die Facecam in diesem Stream anmachen soll ich meine so mindestens drei Stunden werden wir auf jeden Fall brauchen ne ich mache das nochmal für die Zuschauer ein bisschen heller aus mhm also soll ich jetzt Facecam oder soll ich jetzt nicht? soll ich jetzt Facecam oder soll ich jetzt nicht? soll ich jetzt Facecam oder soll ich jetzt nicht? ich mache es nicht weil ich habe keine Facecam gerade ja du nicht ich habe aber wenn du es kannst aber wenn es jetzt zu lange dauert dann mach das nicht nö ist ja nur hier einmal aktivieren und meine Facecam drehen dann habe ich sie an aber ich weiß noch nicht ganz ob ich wirklich machen soll weil ich sitze dann da eigentlich nur so mit halb leicht offenen Mund vorm Bildschirm und schaue mir das so an und ich sehe dann so übelst vertieft einfach nur aus so ich weiß nicht ob sich das lohnt mit Facecam ja ich habe gerade nochmal kurz mit dem Mikrofon rum gespielt Handy Handy ich muss sagen wenn du bereit bist äh ja in ganz kurz ich kann gerade was auf dem Handy ne ich habe jetzt noch schnell die Grafikeinstellungen gemacht und was passiert wenn ich auf 4K stelle geht das auch im Stream? oder kackt der Stream ab? mal schauen das ist ja die native Auflösung ja dann stopp bei dir kackt er ab ne der Stream kommt darauf nicht klar und muss ich vielleicht im Streamprogramm auf 4K stellen weil ich will das Spiel ja auch im 4K spielen ja wegen Monitor dann muss er einstellen dass er es runterrendert also so runterskaliert hab ich schon eingestellt hab ich schon eingestellt oh wieviel Prozent hat mein Handy noch? äh 25 schließe ich das jetzt einfach mal an leg es mal etwas weiter nach dort um achja mein Laptop ist jetzt äh lustigerweise wirklich leiser weil da ne SSD drinne ist den hört man jetzt eigentlich gar nicht mehr das ist natürlich schön zu hören und ich dachte der Lüfter wäre immer so laut aber der ist ja noch leise aber der ist ja noch leise und ich dachte mir so what? was? hä? willst du mir jetzt nicht sagen dass die Festplatte wirklich so laut war? doch? hm aber mir fällt wieder ein wo ich Festplatte sage ähm als mein PC abgestürzt ist wollte er nachdem ich die Windows 10 CD versucht hatte die Windows 8.1 CD und die Windows 7 CD auch nicht annehmen hm das war ganz lustig ich hatte danach meine große Festplatte also die Terabyte rausgezogen und dann hatte die äh CDs auf einmal genommen toll naja die große Festplatte ist inzwischen schon lange wieder angeschlossen aber gut hm ich habe momentan einen Verbrauch von zwischen 2 1000 und 2 9 100 Kilobit die Sekunde ah 3000 sogar hm ich glaube ich mache nochmal kurz Licht in mein Zimmer aus soo ist doch viel angenehmer soo rüber ein bisschen hm nicht mehr ich kann ja jetzt noch 5 weitere Stunden dieses das Portal Main Theme hören, also Hauptmenü, aber irgendwann wird es wirklich langweilig. Oh, was soll ich machen? Ob das jetzt in Ordnung ist? Nein, Schlange? Das Video im Hintergrund wiederholt sich öfters, als man denkt. Jede zweite Schablone, die da vorne vorbeifliegt, ist dieselbe. Das bekommt man aber nur mit, wenn man wirklich so lange im Hauptmenü ist. Was ist denn los? Auf der mobilen App gibt es immer die scheiß Werbung. 20 Sekunden. Mann, ich will nur mein eigenes Video sehen. Hast du dich dort eingeloggt? Ja. Dann brauchst du eigentlich nur den Chat gucken. Achso. Weil mehr brauchst du ja eigentlich nicht gucken und hast ja eigentlich keinen zweiten Monitor. Doch, aber ich ähm... Stimmt, du hast ja nicht so eine große Bandbreite. Ja. Aber ich hab ja... Ja nicht nur das, äh... Auch ähm... Den hab ich in Winsburg gelassen, sag ich jetzt mal so. Wow. Den GroßPC nimmst du wirklich mit? Hm. So... Video... Auflösung 3840 x 2160. Passt alles. Mit dem Stream passt auch alles. Wird jetzt halt auf Full-HD-Down-Gest-Geld. Mhm. Auf eine Bandbreite von? Von... Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaub 3000 oder so. Oder 3,5. Okay. Dreieinhalb. Dann ist schon einer T-Queen bei dir. Bei so an sich verbraucht der TeamSpeak nicht unbedingt sehr viel. Kommen drauf an, was du im Hintergrund noch so offen hast. Was Internet ziehen könnte. Wollte ich mal sagen, let's go, oder? Na? Haben wir eigentlich Coop oder Einzelspieler? Ganz normal, oder? Einzel, ne? Oder nicht? Ich dachte, werd ich global erst zusammenspielen, oder? Einzelspiel und Neuspiel. Okay. Dann, let's go. Ähm, die Höflichkeit. Starten. Wahrscheinlich, wer ja fertig ist. Wir machen wirklich daraus ein Rennen? Ne, machen wir nicht. Wollte sagen. Wollte sagen, bisschen in der Umgebung, umhergucken können wir ja noch. Auf meinem Handy, wenn ich so die FPS-Anzeige sehe, riecht auf meinem Handy das ganz, ganz klein. Oben in der Ecke. Mhm. Wegen 4K. Guten Morgen. Ihr Schlaf dauerte 50 Tage. Gnastikübung. Nach oben gucken, nach unten gucken. Was befindet sich ein Gemälde? Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt an den Wasser. Wählen Sie den Wasseröl und bewundern Sie die Kunst. So schlecht ist die Aufnahme gar nicht. Warte, das ist noch ein bisschen zu laut. So ist es besser. Zusage stehen aus klassischer Musik. Klaasische Musik. Duhhhh d d Match er hat er und sollte auch in sie wurden Teil 1 der Höflichkeitsbesuch.